Die ersten modernen Festungen um die belgische Stadt Lüttich wurden im Zeitraum 1880 bis 1890 erbaut. Ihre Errichtung geht auf den belgischen General Henry Alexis Brielman zurück. Die Festungen wurden als Form mit einem Abstand von etwa sieben Kilometer von der Lütticher Innenstadt ausgeführt. Sämtliche dieser Fonds wurden mit dem damals völlig neuen Baustoff Beton gebaut und mit den damals modernsten Waffen ausgestattet. Liste der Zwölf Fonds vor dem Ersten Weltkrieg Beginnend im Norden auf dem rechten Ufer der Mars Barchon als großes Fort Ewegni als kleines Fort Fleron als großes Fort Schautforten als kleines Fort Embur als kleines Fort Poncellis als großes Fort Flemal als großes Fort Hollon als kleines Fort Lansen als großes Fort Lantin als kleines Fort Lies als kleines Fort Pontisse als großes Fort Aussehen, Bewaffnung und Besatzung siehen fort Lansen Die Kämpfe im Ersten Weltkrieg Siehe auch, die Fort Galten noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges als unüberwindbar Dennoch wurden sie von den deutschen Angreifern innerhalb kürzester Zeit mit der sogenannten Dicken Bertha zusammengeschossen Abschluss dieses aussichtslosen Kampfes war die Explosion des Fort Lansen Zwischenkriegszeit In diesem Zeitrahmen fiel der Wiederaufbau der acht nach Süden Osten und Norden ausgerichteten Fort Die nach Westen ausgerichteten Werke wurden aus dem aktiven Dienst genommen An einen Wiederaufbau von Lansen war überhaupt nicht zu denken Stattdessen wurden im Osten vier weitere Werke errichtet diesmal in einem Abstand von 20 Kilometern von der Lütticher Innenstadt Liste der Vor vor dem Zweiten Weltkrieg Beginnend im Norden Fort Eben-Ermehl, Oberneufchiatto, Bettis, Tenkremont oder Pepinster, Zonremautchamps Weiterhin wurden zusätzlich eine Vielzahl von kleineren Bunkeranlagen gestaffelt in mehreren Linien entlang der Grenze gebaut oder projektiert Die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg Die belgische Generalität hatte dem Fort Eben-Ermehl die wichtige Aufgabe der strategischen Sicherung der Nordgrenze des Landes überlassen Somit zog das Fort zu allererst die deutschen Angreifer auf sich Der Westfeldzug begann am 10. Mai 1940 um 5.35 Uhr mit Aktionen des Luftlandekorps unter seinem kommandierenden General Kurt Student Neben Fort Eben-Ermehl griffen sie vor allem Brücken und Flugplätze in der Tiefe des Raumes an und besetzten sie Der rasche Zugriff sollte zumindest in Holland ein Eingreifen der Alliierten unterbinden und die Verteidigungskräfte aufsplittern Die Inbesitznahme der Ziele gelang fast überall, oft aber unter schweren Verlusten Zahlreiche strategisch wichtige Brücken in Belgien und den Niederlanden konnten durch Kommandoeinsätze kleiner Trupps Bis kurz vor Beginn des Überraschungsangriffs bis zum Eintreffen regulärer deutscher Bodentruppen gesichert werden Ein Kommandounternehmen von 56 Fallschirmjägern der 7. Fliegerdivision konnte das sehr große Fort innerhalb von Stunden einnehmen Sie landeten mit sieben Lastenseglern der Luftwaffe auf dem Plateau Die Angreifer konnten es sich nach der Eroberung erlauben, den Festungsring Lüttich zu umgehen Gleichwohl fielen bald weitere Werke in die Hände der Angreifer So am 22. Mai 1940 nach 5 Tagen Belagerung die Fort Bettis und Oberneufchiatto Während des weiteren Verlaufes des Zweiten Weltkrieges diente eben Ermehl der NS-Propaganda In einigen der übrigen Fort wurden neuartige Waffen erprobt Die Fort heute Fort Lansing ist heute Soldatenfriedhof und Gedenkstätte mit angegliedertem Museum Die anderen Fort sind teilweise überbaut und daher nicht mehr sichtbar Andere dienen noch als Lagerplatz für das belgische Militär Auch die anderen Fort sind noch Militärbesitz Deshalb stehen dort noch entsprechende den Zutritt verbietende Schilder Die Zäune wurden aber teilweise entfernt und das Gelände anderweitig genutzt Bei manchen Fort wurden die Stahlteile verschrottet und die Fort sind einfach überwachsen In eben Ermehl befindet sich ebenfalls ein Museum Das Gelände ist ansonsten landwirtschaftlich genutzt Die Stahlkuppeln und Geschütze sind teilweise noch vorhanden Bettis beherbergt heute neben Weideland einen Modellflugplatz und einen privaten Schießstand Die Innenanlagen können geführt besichtigt werden Dies gilt auch für Tengremont, Barchon, Lies und andere Siehe auch Liste von Schlachten Liste von Festungen Liste von Festungen